Ich habe gerade am Chiniplo unglaublich nette Frauen getroffen und die bezeichnen sich selbst als Stamm. Wie eine Gruppe will ein Indianerin, ist das nicht entzückt. Und sie haben mich später zum Handklechten in ihr Zelt eingelassen. Wieso gehst du denn hier aus Chiniplo? Wir haben doch direkt in unserem Wohnmobil die wohl mit Abstand allerbeste Trümmer.